Hi Leute, wir stoppen jetzt mal kurz die Zeit. Ohne großartig zu rennen, ungewärmt, habe ich mir jetzt das Ziel gesetzt, 20.000 ungefähr zu schaffen. Hier auf der Karte, nur auf das hier. So, ich will mal schauen, wie lange ich jetzt hier verbrauche. Wahrscheinlich nicht allzu lang. Ohne großartig Stress jetzt zu machen. Weil das ist eigentlich ganz gut, ganz gut, eine Levelmöglichkeit. So, jetzt sind wir bei 42 Sekunden, 45 Sekunden zur Zeit. Sehr gut. So, jetzt kommt noch einer rausgekrochen hier. So, und das war's dann noch schon. Jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt sind wir schon bei 7.600. Ich habe mal so grob rausgehört, das ist ungefähr, wenn ich mal was, über ein Tausender. Glaube ich, ist das und das dauert jetzt eine Minute zu zahlt. Ohne zu rennen, wohlgemerkt. So, wenn ich die Laterne erreicht habe und angepinnt habe. Und wir sind bei einer Minute und genau 46 Sekunden. Wahnsinn. Das ist cool. Das fällst total. So, ähm, ich lasse das jetzt einfach mal so laufen. Eine Minute ist 46, für 1000, irgendwas über 1000. Das ist ganz gut. Ich schneide das jetzt einfach zusammen und dann lasse ich mal so die Zeit laufen. Diesmal mit Ladescreen. Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ein god Untertitelung des ZDF, 2020 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 1442 habe ich gesagt mal wenn man das jetzt so 20 mal macht sind es 29.040 mal so so hier sage ich 20 mal wie viel zeit brauche ich jetzt dafür 20 mal eines brauche ich eine minute das haben wir vorhin gesagt 40 oder so was nach genau eine minute 40 ganz genau 40 mal die 20 sind 28 minuten also eine halbe stunde ist man da ungefähr drüber sollte machbar sein oder hat man 29.000 mal eine halbe stunde klar gibt es wahrscheinlich effizientere wege man könnte auch jetzt die ganze karte durch machen glaub da hat man dann wesentlich mehr aber es dauert halt und der maschinengewehrtype wenn man unterlegt hat so wie ich nervt halt auch dann ewig und drei dach rum und will irgendwas von dir aber muss ich es ja wirklich so sehen man kriegt er hat dann 29.000 wir machen sowieso also generell sind ja keine hohen schaden heute schon einige zeit lang auch so auch auch naja zwingen mich ja keine und viele das ist vor allem die stoppen zu ich nämlich gelabert und gestoppte mehr sind wir nämlich bei 17 minuten würde jetzt mal ein wenig laberzeit wegrechnen aber ungefähr und jetzt sind wir bei 16.000 16.990 16.390 jay und ich lasse den videoclip einfach wieder so laufen mein ziel ist es 20.000 einfach erst mal nur wieviel zeit ich das schaffen kann jetzt bin ich bei 18 minuten mit ladezeit mit ladezeit es ist es für massiv jahre mit ladezeit Musik Musik Woah Musik Musik So, das wird dann erst einmal der letzte Run sein, dann habe ich meine 20.000 erreicht. Klar, ich könnte jetzt auch in Richtung alte Hexe gehen und mir da mit einem Durchlauf mal so 10.000 holen, könnte ich auch machen. Ich habe gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus, einfach mal so, es war eine Freude, ich habe viel Freude daran und ich habe mir auch recht einfache Gegner ausgesucht. Wo auch relativ viel Blut abgeben, müssen wir echt mal so zusagen. Wenn du so wenig Gegner und du kriegst fast über 1.000, irgendwas waren die 2.000 oder 1.500 kriegst du fast. So und schon habe ich mein Ziel erreicht, 20.000. Ich bin fast vergiftet. jetzt habe ich 20.776 leicht verdient finde ich jetzt zumindest klar es werden dann 1003 kommentare darunter kommen dass es nicht leicht verdient ist ja gut ich habe das innerhalb von 25 minuten und jetzt mal die ladezeit berücksichtige ich mal so 25 und 30 ja 25 minuten und 30 sekunden habe ich schon von 3000 oder 4000 angefangen jetzt habe ich 20.000 tja ja 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 ja